Es war einmal am Hofe von Eisenach, am Hofe von Eisenach, ein Wienskerzwerg, der nannte sich kein Sack, der nannte sich kein Sack. Am Kopf betrug er den Kallpacht, mit den beiden den Beinen, da ging's klick-klack. Klick-klack, klick-klack, das war, das war Kleinzack. Klick-klack, 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 das war Kleinzack. Dann erst das Gesicht und diese Züge. Ja, 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 erst das Gesicht und diese Züge.